Willkommen zurück mitten im Feuergefecht, Alter. Was ist da los? Oh, hier gibt's Waffen. Breacher? Was ist Breacher? Okay, lassen wir erstmal alles da liegen. Ich nehme lieber Granaten mit. Und jetzt werden die aber erstmal weggerotzt, die da vorne rumlaufen. Oh, hier. Zack, mitgenommen. Okay, die sehen wir nicht von hier. Die Scheiben sind schon mal nicht durchschießbar, so wie es ausschaut. Aber ich habe hier scheinbar gerade echt die Überknarre. Oh, noch ein Adrenalin-Päckchen. Ja, wahrscheinlich ist das jetzt gerade so ein Energieschild, was ich mit der Drohne zerstören könnte. Aber da habe ich einfach gerade keinen Bock drauf. Die machen wir jetzt von Weitem so weg. Und da ist das Schild auch schon weg. Lol. Kurz nachladen. So, ist da noch jemand? Ne. Dann rufen wir mal die Brücke. Zack, die zack, zack. Und dann gehen wir rüber. Munition. Ne, die haben alle nur dieses Standardgewehr. Können wir die eigentlich auch wieder zumachen? Ne, okay, gut. Alter, wo sind wir hier schon, da? Sehen wir hier irgendwelche Gegner von oben? Da ist was. Oh, 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 oh. Bam, 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 bam. Ach, Drecksding, Alter. Geh, kaputt, kaputt. Können wir das hacken da? Ne. Mach mal die Tür auf. Da ist doch noch einer dahinter, oder? Natürlich. Tod. Ich sollte die vielleicht sparen, bei den relativ leichten Gegnern. Ich nehme mal lieber jetzt erstmal noch die andere, die ich noch dabei habe. Und wenn wir wieder auf solche Typen... Oh! Typen mit, ähm, Energieschild treffen, dann... Nehme ich die bessere. Alter, wo kommen die alle her auf einmal? Okay, der ist down. Wo ist der Typ hier an der Ecke? Da ist er. Zeig dich halt. Oh, fuck. Nicht schön, nicht schön, nicht schön. Hey, hey, hey. Nicht einmischen, wenn ich mit diesem Ding da kämpfe. Nachladen. Das Ding muss so oft nachladen, das nervt irgendwie. Okay, das ist auch down. Weiter geht's. Okay. Leiter benutzen. Da drüben gibt's Munition. Was müssen wir jetzt hier eigentlich gerade machen? Da müssen wir hin, okay. Oder? Wir gehen einfach mal hin. Wir gucken uns die ganze Sache mal von Nahen an. Oder müssen wir das hier irgendwie sprengen? Dass das nicht mehr funktioniert? Aber eigentlich sollen wir ja diese Waffe da holen. Diese Waffe holen und Massar finden. Liegt da ein Heftchen? Ne. Was ist denn hier gerade unsere Aufgabe? Verdammte Scheiße. Oh. Surprise. Nice. Tot. Oh, fuck. Der steht auf. Der hat eine Granate geworfen, das Schwein. Adrenalin-Päckchen liegt hier rum. Oh, gibt's hier eine Sniper? Ne. Ich scannen. Zeig dich. Ach, scheiße. Wir haben nur noch zwei Schuss. Nachladen, nachladen, nachladen. Oh. Leck mich doch. Alle gehen sie down hier, die Motherfucker. Okay, der ist tot. Jetzt übel viel Adrenalin. So viel braucht man gar nicht. Oh, fuck jetzt. Jetzt geht wieder die Post ab. Ach, du Scheiße. Das hässliche Plexiglas kann man natürlich nicht zerschießen. Da kommt einer unter mir gleich. Oh ja, der kommt immer näher. Granate für dich, Motherfucker. Und hier, close the door, please. Da hat er was abbekommen. Der ist down. Wallhack erstmal kurz wieder eingeschaltet. Down. Nochmal nachladen, weil wir es können. Und jetzt würde ich gerne mal irgendwie Massar oder die Waffe finden. Ach, scheiße. Kommt der Gegner hinter mir? Was sind das für Motherfucker? Wo kommen die denn her da? Wir gehen einfach weiter. Hacken. Wenn wir hacken müssen, sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Komm, wir werden fertig. Gut. Oh, da ist Massar. Hallo, Lady. Na? Hast du mich erwartet? Hier drüben bin ich. Ich kann ja ungestört arbeiten. Ach so. Ich habe Wichtiges zu tun. Du kommst jetzt mit mir mit, Mädel. Ich kann nicht arbeiten. Stress mache ich nicht so. Ich habe Massar. Verstanden, 1.8. Sehr sicher. Was ist mit der Waffe? Ich bin hier noch lange nicht am Ende. Sie sind zu spät. Es wartet dort unten auf Sie. Mit ihm. Mit ihm? Es übersteigt das, was Sie auf der Kassandra gesehen haben. Ich versuche, seine Wirkung zu steigern. Und ich bin gespannt, wie es in so einer Größenordnung funktioniert. Bislang habe ich den Ausgang nur simulieren können. Wurde davon geträumt. Ich sehe, Sie sind schockiert. Aber Sie sehen nur nicht richtig hin. Deinem Ganzen ist es. So elegant. So wunderschön. Sie mussten sich anpassen. Überleben und ausharren. Wir halten Sie nur auf. Und Sie können sich nicht voll entfalten, solange wir leben. Ach, Pappe la Pappe hier. Sir, die Waffe ist startklar. Sie wurde nach oben gebracht. Gut. Ich habe eine ISA-Truppe in Bereitschaft. Geh mit Ihnen rein. Wir geben dich mit Massage zum zweiten Turm. Dort warten ein Bergungsteam. Unser Ende. Gehen wir. Okay, wir gehen. Sie sind zurück. Wer ist zurück? Oh, fuck it, alter. Hier, zack. Für euch, motherfucker. Und noch eine. Weil es so schön war. Alter. Bleib mal sitzen. Genau, setz mich mal. Okay. Shit, ich kriege auf den Sack. Oh, hier, hinter diesen komischen Kasten. Und Adrenalin rein. Wo ist das nächste Ziel? Wo muss ich denn jetzt hin hier? Wo ist mein Ziel überhaupt? Achso, soll ich die Scheibe zerschießen? Was soll ich denn hier machen? Oh, mal kurz. Ich drücke mal kurz länger. Ich stehe unter Beschuss. Ich muss hier raus und Massage Kapsel beschützen. Ja, wie denn? Alter, das Ding hatch hat jetzt so krass. Jump, motherfucker. Wie soll ich denn jetzt hier raus? Ach, C4. Entspannt euch mal, Mädels. Wir gehen jetzt hier alle raus. Wuhu. Kommt ihr mit? Mädels. Wissen Sie, was Sie da getan haben? Sie wollen euch nicht gehen lassen. Ich kümmere mich darum. Halten Sie einfach das Ding in Gang. Wenn ich sterbe, ist alles verloren. Wie soll ich das jetzt hier verteidigen? Wir stellen uns mal drauf. Oh, shit. Aua, ich kriege Schaden. Von was denn? Ach, du Scheiße. Von denen? Ah, fuck. Was soll ich denn hier machen? Ich kann mich doch gar nicht wehren. Alle Notfallsysteme sind blockiert. Kriege ich hier irgendwie mal eine Information, was ich machen soll? Hallo? Schütten Sie mal das Shuttle. Aber wie denn? Ich habe da gar keine Pistole. Ich kümmere mich darum. Halten Sie einfach das Ding in Gang. Wenn ich sterbe, ist alles verloren. Na, hier kommt so eine Scheiße. Aber wie mache ich das jetzt? Ja, das ist die Scheiß Shuttle. Ja, was soll ich denn machen? Ich kriege hier keine Information, wie ich mich erwehren kann. Hä? Was habe ich denn jetzt auf einmal für eine krasse Scheiße? Wo ist denn die? Alter, fuck ja. Jetzt weiß ich, wie ich mich wehre. Jetzt kriege ich auf den Sack, oder was? Wo ist denn ihr Container? Der hier? Oh, fuck. Ach. Ey, boah. Uffts. Uffts, Leute. Uffts, richtig übel. So was, so was. So was liebe ich. Also das Spiel toppt gerade. Ansammlung von Sachen, die ich nicht mag. Bam, hier. Zack. Jetzt machen wir die schon von Weiß weg. Spann dich mal, Mädel. Wo ist denn die? Welcher Container ist der hier, oder was? Ja, dann machen wir den doch weg hier. Ja, ja, entspann dich mal, Mädel. Gehen wir mal jetzt echt nicht auf den Nerv hier. Ja, sonst knall ich dich am Ende noch ab. So, wo kommen die nächsten, Motherfucker? Oh, fuck, hier. Direkt rüber, ja. Okay, die hat man. Da kommen welche. Was ist das für eine krasse Waffe, die ich hier habe? Da kommt noch ein Container. Bam, 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 bam. Ja, ja, entspann dich, Mädel. Ich habe alles unter Kontrolle, nachdem ich rausgefunden habe, wie man das hier spielt. Was ist denn das schon da, Alter? Gehen wir nicht auf den Sack hin. Da ist mein Adrenalin reingepumpt. Liegen wir ein Stück höher. Da kommen welche. Upsa. Zerstört die. Und die hier. Stresst mich doch nicht, Mädel. Laber doch kein Gas. Ich habe alles schon weggemacht. Oh, fuck. Die freck gerade, oder? Habe ich das wieder verloren? Ach, nö. Na gut, der Checkpoint war aber nicht gesetzt. Das war schon nett vom Entwicklerteam. Hä, ist jetzt der Checkpoint hinter dem Container, dass ich die gar nicht mehr retten muss? Ah, ne, da kommt er noch. Ja, stresst mich nicht, Mädel. Fahr einfach durch. Boom. Habe ich schon, habe ich schon. Oh, verklassen welche. Weck mit euch. Da ist es jetzt mal gepackt, hier die Kacke. Container im Anflug. Noch einer. Sie haben noch einen Container hinterher geschickt. Oh, leck mir doch, muss ich sagen. Jetzt fahr. Lass uns hier endlich verpissen. Boom. Oh, fuck. Kriege ich selber Schaden. Und durch die Öffnung bitte rein und dann lassen sie mich in Ruhe. Okay, ich komme mit, oder? Oh, war das ein Stress. Darf ich mit Sicherheit aufmachen, oder? Ja, ja, komm. Oh, hier. Ein Heftchen. Wippie. Geschafft. So, Massa, fahr mal bitte durch. Ich komme mit. Zu Fuß. Und da ist er ja schon. Move, bitch. Kann ich das eigentlich machen? Stoppen. Nein. Das werde ich nicht. Sie ändern sich nicht. Sie sind dasselbe Volk von Feiglingen geblieben. Beweg dich, Schlampe. Ich folge dir unerfällig, Massa. Auch wenn du in der Fresse ein bisschen hässlich aussiehst. Ich würde schon eher Echo nehmen, aber ich folge dir trotzdem. Ob in dem Raum ist irgendwas wahr zum Einsammeln? Naja, egal. Immer weiter gehen. Was ist denn los? Was ist denn los, Massa? Haben wir welche Probleme? Ich mache alles tot. Über der Startröhre sein. Vorwärts. Vorwärts. Was glauben Sie, was ich tun werde? Ihnen ein Heilmittel geben? Ha. Bestimmt nicht, Marshal. Bestimmt nicht, Marshal. Ich werde Ihnen nicht helfen. Für nichts auf der Welt. Verstehen meine Arbeit nicht. Gehen wir bitte nicht auf den Sack. Von der Arbeit bin ich nichts. Ohne meine Arbeit wäre ich tot. Das ist korrekt. Müssen wir jetzt die Gegner rauskämpfen aus dem Gebiet? Oder folgen wir eher einfach nur? Wo geht man hin? Sag mal was an. Oh, hallo. Aha. Vektor, Leute. Wupp, 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 wupp. Success für die ganze Abteilung. Was ist los? Achso, ich mache die Tür auf natürlich. Und renn mit dir. Ich bin der Marshal. Guten Tag. Bringen Sie Sie zum Schweigen. Sir, unser Schiff wurde unter Beschuss genommen. Wir haben es geschafft. Meine Männer machen einen Hellgasbombaklar, damit wir hier wegkommen. Sie brauchen Deckung, falls Sie angegriffen werden. Ja, Sir, es gibt Verluste. Der Rest unserer Einheit errichtet unten eine Abwehrstellung. Der Rest unserer Einheit errichtet unten eine Abwehrstellung. Danke für die doppelte Information. Und wieso sind eigentlich die Stimmen jetzt seit letzter Zeit immer so extrem leise? Ich habe nichts umgestellt. Okay, ich kriege aber jetzt das Team mit, oder? Was ist denn das? Ja, okay. Naja, ich bin ausgerüst. Naja, ich bin ausgerüstet. Ach du Scheiße, jetzt kommt hier wieder Wellenangriff, oder was? Hier so ein Zeug. Waffenschrank, okay. Ne, ne, braucht alles nicht. Alles Quatsch. Ach du Scheiße, das Gebiet müssen wir jetzt verteidigen? Na fett. Das wäre eigentlich schon mal ein Sniper ganz geil. Aber wir haben sogar ein Sniper dabei. Oh, fett, Alter. Ein Vector-Sniper. Oh, shit. Jetzt geht's los. Oh, shit. Verfehlt. Bam, erster weg. Ach, nach Zwieschuss nachladen. Bam, weggefetzt. Boom, weggefetzt. Nachladen. Ach du Scheiße, die bauen Schild auf. Kann ich meine Drohne da hinschicken? Hier, Drohne, mach mal da was. Gilt nicht, okay. Boom. Boom. Oh, fuck, verfehlt. Nochmal nachladen. Scheiße, nach jedem zweiten Schuss muss ich hier nachladen. Alter, entspannt euch. Hier, Drohne, mach doch mal was. Boom. Boom. Scheiße, die kommen hier hoch. Ach, schau, das dicke Gewehr. Komm, die sind überhaupt hoch. Shit, Alter. Deckung. Kurz durchscannen, wo hier überall was ist. Shit, shit, shit. Oh, fuck, die sind schon hier. Motherfucker. Down, 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 down. Zielbekämpft. Ich hoffe mal, ihr haltet mich, seid ja da drüben alleine. Ich mach das hier. Okay, bam, 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 down. Oh, fuck. Ich hab kurz an der Adrenalin reingekloppt. Kurz scannen hier. Nicht so in die Nähe. Oh, fuck. Okay, die haben alle Schild. Mach die doch mal alleine klar. Hier unten ist keiner. Okay. Mach die Schilder weg und ihr macht die Leute tot. Das ist doch ein Plan, oder? Muss ich das auch noch selber machen? Ich stößt mich hier nicht aus der Deckung raus, Junge. Das stößt mich hier immer weiter rüber. Die sind alle noch da. Okay, okay. Wir laden das Ding kurz nach. Ah, ne, wir haben es schon. Ah, doch. Ja, guck. Boom. Das weg. Boom. Das weg. Und raus mit der Waffe. Stellungstrieg hier. Aber zumindest mal mit Unterstützung, Alter. Und die machen sogar was. Feuer frei. Die sind hier schon eine ganze Zeit hier. Jetzt können wir Ziele zerstören. Okay, kurz nachladen. Ja, ja. Alles ganz chillig, Leute. Wir machen das schon. Boom. So, raus mit der Waffe hier. Bam, 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 bam. Tot. Tot. Knach, das ist echt krass, die ich hier gerade habe. Alter, der wurde einfach weggesprengt. Aber mir geht langsam mal hier so die Munition an. Das habe ich das Gefühl. Headshot. Headshot. Oh, fuck. Da drüben ist einer. Okay, den nehmen wir als nächstes. Oh, oh, oh. Ist der einer bei mir? Nein, noch nicht. Okay, gut, gut, gut. Ach, scheiße. Eine mit Rüstung. Oh, der verfisst schon. Brauche ich mal Munition, Leute. Oh, fuck. Wir werden immer weniger. Wir sind nur noch zufrieden. Ah, ne, die haben es schon zurückgezogen. Okay. Wir machen mal kurz den hier, klar. Ach, scheiße. Adrenalin. Munition, alles hier. Bam, 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 bam. Okay, dann mache ich jetzt die rechte Seite. Wo ist denn hier ein Gegner da? Bam, 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 bam. Stirb, motherfucker. Sterb, ihr Fotzi. Alter, es kommen echt diese Typen mit Panzerung. Ich könnte eigentlich echt mal meine Owl da hinschicken. Kannst du da? Mach mal den da. Da, 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 down. Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. Alter, wo sind die ganzen Leute hin? Granate nach da. Oh, scheiße, ich habe kein Adrenalin mehr. Och, Mann. Ey, wo sind die ganzen Leute hin? Sind die alle verreckt? Aber hätte ich jetzt eigentlich schon wieder zurückgekommen? Ich glaube, ich hätte schon wieder zurückgekommen. Ich hätte schon längst fliegen können, die ganze Zeit. Deswegen waren die Leute weg. Boom, halt nochmal. War ja ganz lustig. Nachladen. Also, es ist, glaube ich, schon die zweite Angriffswelle mit den Rüstungstypen. Nachladen. Dann machen wir jetzt erstmal die mit Rüstung weg. Wo sind die? Da sind sie. Okay, die sind schon down. Nice. Uh, oh, fuck. Dein Neffel schossen. Aber so auslösen. Uh, oh, fuck, alter. Leckt mich doch. Oh, scheiße. Jetzt läuft es aber nicht gut. Hier, Granate in die Richtung. Macht ich weg, Junge. Okay, die haben wir beide. Entdeckung, Junge. Entdeckung. Kurz durchscannen. Okay, da kommt wieder einer mit Schild. Shit, Alter. Wo gibt es denn Adrenalin? Liegt hier irgendwo Adrenalin rum? Jetzt holen wir uns kurz den hier. Das ist down, oder? Ja. Da reicht ein Headshot. Dann machen wir noch das Geschütz hier weg. Komm, geht down. Oh, fuck. Wir müssen Entdeckung. Dann machen wir hier Granaten raus. Granate raus. Ach, die verrecken hier doch. Oh, hier unten sind ja noch welche. Kommen alle viel zu nah hier. Jetzt müssen wir mal an Munition ran. Hier liegt Adrenalin. Okay, holen wir uns weg. Aber wir brauchen das wahrscheinlich jetzt, weil wir hier rumrennen. Ach, da liegt noch mehr. Jede Menge ist über alles mitnimmt. Was machen wir jetzt hier? Ach du Scheiße, jetzt sind wir wieder... Ach du Scheiße, geil. Weg mit euch. Ich weiß, dass das Ding jetzt hier down geht, Alter. Was ist das hier? Oh, fuck. 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 Hauptsache, erst mal diese fliegenden Roboter weg waren. Habe ich da irgendwie sowas wie Raketen noch mehr? Alter, scheiße, wir gehen gleich down. Und wo schießen die denn hier überall? Einfach überall rein. Ah, sie fallen zurück. Nice. Jetzt klappt es doch, Alter. Sterb. Plan B, wir treffen uns draußen. Plan B, wir treffen uns draußen. Aber erstmal machen wir noch die Leute platt. Da hinten lauen sie ab, die Schweine. Massage sichert. Alter, das war wieder übel. Oh, hier, Eko. Oh, Waffe runter, Sergeant. Wir haben Befehle, Sir. Was soll denn das? Sie können sie nicht, Sinclair, überlassen. Sie machen sich was vor. Was ist da los? Husser? Sie ist hier. Gott verdammt. Spüren Sie es nicht. Wie die sich freut, Alter. Von der Psychomutti. Waffe runter, Sergeant. Können wir schießen hier los? Die sind durchströmt. Gott verdammt. Los, er zieht sie. Sergeant, halt. Wow. Ich bin... Ja, ich bin ja für dich, Eko. Was ist da los, verdammt? Massage ist tot. Sie hat mir geholfen. Ich muss ihr vertrauen. Ich dachte, du wärst ein flüger Kerl. Ich hab dich gewarnt. Du wirst die Sache nicht versauen. Hier geht's um unsere Heimat. Ich weiß, was ich tue. Wenn das so ist, garantiere ich nicht mehr. Ich helfe deine Sicherheit. Wissen Sie auch, was Sie tun? Simclay hat sich entschieden. Jetzt liegt es an mir. Wir müssen diese Waffen finden und vernichten. Sonst ist alles vorbei. Ein Landungsschiff nähert sich, Helgan. Damit können wir unbemerkt reinkommen. Vielleicht führt's uns zur Waffe. Los! Was machen wir jetzt? Was ist denn das? Was? Ja, ich bin eigentlich schon auf Echo ihrer Seite. Also, dass Massage jetzt tot ist, ist für mich verkraftbar. Und dass wir Sinclair ihm gerade eigentlich komplett verraten. Wenn wir es verlieren, werden wir die Waffen nie finden. Das ist schon in Ordnung. Müssen wir das jetzt selber steuern? Ich kann ihn gerade nicht beeinflussen, wie ich fliege. Wow. Getroffen. Sie schießen es ab. Ran sein. Sie müssen einfach nur dem Raum folgen. Okay. What the hell? Alter. Ich sehe nichts. Okay, okay, okay. Wir sind in der Helgarn-Atmosphäre. Jetzt koppeln wir die Omital-Gleiter ab und fliegen im freien Fall zur Oberfläche. Okay.